Wir sind immer noch in der Bombenfabrik, oder? Ja, aber diesmal offensichtlich etwas weiter unten in der Bombenfabrik. Jo, und ich bin jetzt mal gespannt, ob die wirklich noch hochgehen werden. Ah, wer haben wir denn? Donkey Kong? Ich bin Olimar und Dampf und Öl. Du kannst beide noch nehmen, ne? Ja, aber such du den jetzt aus. Nimm als zweites. Als zweites nimm... Diddy Kong. Okay. Weil ich suche ja immer aus, das kannst du auch mal entscheiden. Wenn du nämlich als Olimar drauf gehst, wirst du zu Diddy Kong, und wenn ich drauf geh, bin ich zu Captain Falcon. Und nicht dieser nutzlose Hacker. Der sei denn, du kannst es dann sofort haben. Ja, aber das ist relativ oft. Ah ja, an das neue Pikmin 3 Spiel bin ich jetzt Olimar. Obwohl, da spielt mir ja Alf, Brittany und Charlie. Aber trotzdem soll da Olimar auch vorkommen. Und, äh, ich dachte, wir waren gerade beim Uralten Minister. Achso, da... Achso, wahrscheinlich treffen wir gleich auf Pikachu und sowas. Ja, genau. Jetzt latschen die dahin nur. Ja, genau. Wir sammeln uns jetzt alle dort. Ist ja die Luigi schon befreit worden? Ich weiß noch gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Nein? Der ist immer noch in Statue? Ja, der liegt da glaube ich immer noch. Oh, was hast du denn jetzt gemacht? Sorry. Hättest du mich nicht vorher, ähm, äh... Dich retten lassen können? Ja. Nein, äh... Warnen. Ja, wenigstens warnen können. Du bist auch abgekackt? Ach nee. Warst du schon die Donkey Kong? Ich kann ja schon... Ich kann ja schon teleportieren. So gut ist Olimars Rettungsattacke nicht. Aber man braucht auch sehr viele Pikmin, damit die richtig gut ist. Ja. Oh, daher verliert man die immer so schnell. Ah! Woher? Achso, den da killen. Oh, die kommen auch nicht viel besser. Achso, ich hab mir Karo gemacht. Oh, dann noch ein Metall. Kill dich doch! Ja, ich wollte dich noch richtig abschießen. So, jetzt aber. Jetzt können wir weiter. Äh, ja, aber ich muss ja warten, bis das Bild hier voran ist. Bring doch nicht Pause drücken, oder? Nee. Wenn ich runterfalle. Ich hoffe nur, du kommst zu mir jetzt. Ja. Wie hab ich's geschafft? Scheiß auf die Bogustür, oder? Ja. Ich wär irgendwie mal reingekommen. So. Ich wär irgendwie mal reingekommen. Bitte schon. Ja, ja. Hauptsache wir überleben das Level. Ja. Das ist das Wichtigste. Wir haben schon lange nicht mehr gefailed. Aber ich hoffe, das bleibt auch so. Nee? So. So. Da kann man bestimmt ausgerquetscht werden. Klar. Ja, ich bin tot. Ja, ich weiß. Wurde so oft hin und her geschleudert. Äh, äh, runter, oder? Du musst erst Schalter drücken, damit die Tür aufgeht. Wenn du sie benutzen kannst. Okay. Nicht da runter, sonst stirbst du. Ich weiß. Da, genau. Aber ich hab mich vor. Den Schalter. Genau. Und jetzt? Oh. Lass dich nicht ablenken. Lauf einfach weiter. Die stören sowieso nicht. Nicht her. Doch. Die Stören. Ja, warte mal. Äh. Entschuldigung, ey. Die Menge fertig. Egal. Kostet, was ich wollte. Leider ist das nur nicht langsam, der Move. Lauf einfach weiter. So. Du musst noch mehr Türen. Einen roten Schalter und einen blauen. Ich bin in einen, musst du hoch. Boah. Schön gehen wir links. Für alle muss in die Richtung. Genau. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Kampf auch. Oh nein. Ausgerechnet Fluss. Oh ja, ja. Gut. Ihr rettet mich, Alter. Das ist schön. Dein Leben. Leben, 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 Leben. Was machst du da? Sau das Leben, sonst ist es gleich weg. Thema. Kannst du jetzt nicht drücken? Weiß ich nicht. Ob ich dazu komme jetzt? Automatisch. Start. Was ist denn da oben? Da bin ich. Das ist noch offensichtlich eine Brücke. Brunus Tür. Willst du das wirklich riskieren, jetzt da runterzufallen? Nein. Ich will jetzt einfach nur mal in die Tür. Du hast bestimmt Start gedrückt, ne? Ja. Ob das jetzt Olima war, weil ich es nicht zuerst wahrscheinlich gewählt habe, ne? Oh, noch ein Schalter. Ja, wir müssen nach oben. Wo ist denn der? Da oben. Nicht zu viel zerstören, sonst kommen wir da nicht mehr hoch. Ja, und dann? Komm, hier. Dann kann man es dann wieder. Dann kann man das neue Level, neue Startner-Level. Ja, jetzt drück den Schalter und jetzt schnell da runter. So. Wenn wir es abkacken sollten, starten wir wieder hinter der Tür. Genau. Erstmal ein paar Pikmin besorgen. Wahrscheinlich bist du jetzt Olima, weil ich den am Anfang immer älter habe, ne? Klar. Oh, einfach gut und weiter. Ach. Ja. Hoch. Geh ich mal hoch? Glaub schon. Und den Schalter drücken, damit das Feuer ausgeht. Und jetzt hier runter wieder. Komm, komm. Runter. Ist egal. Runter. Na rüber. Laufen. Oh, oh, oh. Ballaus. Weiter laufen. Runter. Und jetzt da drauf. Oh, scheiße. Nein. Erst den Schalter ausmachen. Okay. Und jetzt? Geh da drauf. Ich komm hinterher. Bleib hier drauf, sonst verquetscht sie. Und? Jetzt kommt wieder ein Kampf. Kampf. Oh, wenn ich jetzt da quetsche gleiche lasse. Wenn du da unten stehen bleibst, ja. So, lass gut sein. Ich glaub wir haben gewonnen, oder? Ja. Wir müssen jetzt eigentlich weitergehen. Woops. Und auf die Leiter. Jo. Und weiter geht's. Wir brauchen Schlüssel. Stimmt hier irgendwo. Ich würde jetzt nicht empfehlen den Bohnen, oder? Sollen wir den Bohnen kaputt machen? Ja doch. Geht. Können hier unten stehen. Weiter. Einfach weiter, oder? Ja, mach du das. Ich kümmere mich derweil um die ein bisschen. Genau. Und komme hinterher, dann teleportiert. Und auf. Und. Donkey Kong ist eingetroffen. Der ohr alte Minister. Ah. Ja. Der Gefehlshaber. Obwohl nicht der oberste, glaub ich. Ja. Oberst ist bestimmt die Meisterhand, die wir immer gesehen haben, ne? Ja. Jetzt sind sie verwirrt. Der ohr alte Minister will sie aufhalten. Aber Gelndorf hat die Kontrolle über alle Robs. Können sich nicht dagegen wehren. Was will denn der ohr alte Minister? Er will die Robs davor bewahren, sich selbst zu vernichten. Nehmen sie diese... Dinger. Ja. Jetzt tut er... Jetzt tut er so freundlich. Dann hat er die doch sowieso immer geopfert. Ja. Hat er ja nicht freiwillig getan, glaub ich. Auch auf Befehl von Gelndorf. Aber jetzt stirbt er. Der ohr alte Minister. Na tot ist er nicht. Er verbrennt doch gerade. Ja. Wer aus Metall ist, kann nicht wirklich leicht verbrennen. Nur seinen Umhang verbrennt. Oh. Diese Pfeilvögel. Und da ist er. Rob. Ach, der uralte Minister war auch Rob? Ja. Bisher gesagt, der eine Rob. Ja. Ja, er spielt natürlich mit Pikachu. Und ich bin Rob. Also egal was man sagt, aber Rob ist wirklich nicht übel. Was sagt denn die Zeit? Die Zeit sagt, wir sollten jetzt erstmal Pause machen. Jo. Also, bis zum nächsten Mal. Jo.